Am Anfang stand die Idee, Kunden einen perfekten Komplettservice im Bereich Ladenbau anzubieten. Daraus entstand 1998 die Firma MDD Metallbau GmbH mit Sitz in Leibniz, die bald um die drei Sparten Möbeldesign, Metallverarbeitung und Pulverbeschichtung erweitert wurde. In der Metallverarbeitung kommen moderne Maschinen- und Laserbearbeitungssysteme zur Bearbeitung verschiedener Metalle zum Einsatz. Zudem werden auch Aluminium- und Edelstahlprodukte hergestellt. Die Tischlerei der Firma beschäftigt designorientierte Einrichtungsspezialisten, die Möbel zum Leben und Wohlfühlen gestalten. Auch in der Pulverbeschichtung arbeiten die Mitarbeiter des Unternehmens präzise und zuverlässig. Zudem plant und realisiert das rund 60-köpfige MDD Team Einrichtungen von Verkaufsräumen für den Food- und Non-Food-Handel. Die Mitarbeiter haben sich dem hohen Qualitätsstandard der bereits expandierenden Firma MDD Metallbau GmbH verpflichtet und kreieren mit viel Know-how und Präzision Unikate. Weitere Infos gibt es unter www.mdd.at